Ja, in Zukunft werden wir jetzt hier Uhren auf dem Kanal vorstellen, sagen so, ach, ach, das habe ich im Weihnachtsschlussverkauf gefunden, so toll, da ist es gerade, wo jeder von uns hier, jeder Einzelne. Welcome back to the Flight Deck, herzlich willkommen zurück auf dem Christian Academy Channel zum 5000 Abonnenten Special. Cheers, ja, richtig. Prost. Heute mal kein Sekt, ne? Sekt macht doof im Kopf. So, haben wir ein ganz besonderes Schmankerl halt mal rausgesucht, als eine Hommage an unsere Jugend quasi TIE Fighter. Ja, ein Flugsimulator, ein Sci-Fi-Flugsimulator, womit wir wahnsinnig viel Zeit verbracht haben damals und was uns ja halt irgendwie nicht ganz unerheblich geprägt hat, deswegen werden wir jetzt halt die ganze Star Citizen Nummer jetzt irgendwie auch machen. Und halt so, wie gut, er guckt schon ganz unruhig. Sie ist süß, also, ja, der guckt schon, hier, was ist los? Jetzt vergewaltige nicht wie die Stormtrooper. Ja, das ist auch geil, halt hier, lass halt nicht rein, warum die so durchladen. Aber das Geilste ist ja halt so irgendwie, state your name. Reicht. Ist okay. Ja, ist so irgendwie, okay, ein Buchstabe reicht. Sicherheitscheck. Ja, genau, das ist ein Imperialer Code. Gibt es da einen Pilot mit dem Namen P? Nein, okay. Okay, dann nicht. Was ich noch viel geiler finde, falls es euch wundert, warum da so schwarze, irgendwie so Ränder links und rechts sind. So ein Trauerfloor. Genau. Das ist, früher gab es noch keine 16 zu 9 Bildschirme. Das Spiel ist noch 4 zu 3 im Format. Schaffst du es, oder? Nee, ich bin betrunken. Ita Pupu. Ita Pupu. Kleiner Hommage an Game Grumps. Anakin, Anakin. Ita Pupu. Wee. Wee. Oh, naja. Guck mal, ich habe ein Doser-Modell gefunden. Das ist deine Mutter, Alter. Falls ihr euch genau fragt, was Weasen so in seiner Freizeit macht. Das ist halt, Steh-Rümchen zusammenbauen. Sind erstaunlich wenig Fakten so fürs Intro der Sendung, ne? Ja. Boah, heul doch und bring Fakten. Aber heute geht alles. Es ist ein 5K-Special. Genau, weil wir jetzt ein 5K-Special machen, spielen wir in 0,2K. Das ist total geil. 46 mal 480 vor der Win. Ja, dann spiel doch mal. Ja, einfach mal New Battle, oder? Was soll schon passieren? Hoff-Dest-Thema. Das ist auf jeden Fall eine spitze Idee. Da weiß ich nicht, was hier schief gehen sollte. Der Planet, äh, der Pilot sieht aus wie ich. Guck mal. Ja. Oh, fuck. Auf jeden Fall, wenn du im FPS unterwegs bist, dann hast du ungefähr dauerhaft diesen Gesicht ausdruckt. Ja, da habe ich die höchste Kill-Rate da immer so. Auf beiden Seiten halt, aber naja. Ja, so. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Wenn der Winter kommt, wird es kälter. Der Lava... Das ist sehr schwierig. Was für ein Spröchgekopf. Papala, papala, pap. Ja, danke. Ich soll alles inspizieren. Dein erstes Kommando. War es tatsächlich? Ein TIE-Fighter. Äh, äh, E-Wing. Also eigentlich ein X-Wing. Mit X-Wing damals, aber ja. Okay, wir patrouillieren halt am D-34 Außenposten. Am Arsch der Heide halt. Und deswegen haben wir auch nur TIE-Fighter. Weil da kommt sowieso keiner vorbei. Das trinkt nach total spannend im Job. Ja, das ist doch großartig. Aber das ist übrigens der Quatsch, den du auch die ganze Zeit machen wirst. Patrouille, patrouille, la 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 la. Besser als immer nur auf Displays starren. Ja, mein Gott. Komm, jetzt erzähl doch mal ein bisschen was. So werde ich hier einfach das halt weiterklicken, bis es hier endlich losgeht. Ich erzähl was. Was? Ja, ich überlege. Wie wollen wir weitermachen? Also als allererstes wollten wir mal weitermachen, euch allen zu danken. Also auf jeden Fall einen großen, fetten Dankeschön an euch da draußen. Ihr habt uns so weit gebracht und ihr habt uns unterstützt so lange. Jetzt haben wir 5.000 zusammen. Das ist echt geil, ja. Also seit etwas über einem Jahr machen wir das Ganze jetzt. Und ich versuche jetzt hier gerade mich nicht abzulenken lassen, den Eingangversuch zu finden. Oh, da trage ich die Station zu. Wir werden alle sterben. Also auf jeden Fall fettes Dankeschön von uns dreien hier für euch. Und auch liebe Grüße von Cecilia. Die ist leider immer noch krank. Also von daher, die wäre gerne dabei gewesen und würde uns hier beim Nerdgaming zugucken. Das sind Frachter, ne? Ja, das sind Frachter. Das sind Frachter, ja. Schön, ja, als Mikrofoneer. Sind das Frachter? Ich glaube, das sind Frachter. Also ihr seht schon, halt so großartige grafische Leistungen, die jetzt hier abläufen. Also auf dem Rig, was wir uns Star Citizen spielen, halt so die 3D-Beschleunigung funktioniert nicht. Hier stürzt das Spiel einfach kommentarlos ab. So im Vergleich zu Star Citizen schon konkurrenzfähig. Ja, aber ist glatt, ne? Ist glatt wie Babypopo. Ja, ich möchte, dass du einmal vorfühst, wie man rollt. Es ist fast seamless. Stufenlos. Nicht schießen, du sollst sie scannen. Ja, das ist ja fast wie schießen. Ich fliege da einfach mal zwischendurch. Okay, wir waren aber jetzt irgendwie stehen geblieben, weil wir ein Dankes sagen. Genau, auf jeden Fall ein fettes Dankeschön. Passt ich da durch? Da draußen? Ja, da passt du durch. Einen habe ich inspiziert. So, jetzt umdrehen, nächstes. Okay. Und ansonsten auf jeden Fall auch nochmal ein fettes Dankeschön an unsere Community, an das Crashcore. Wir sind inzwischen auf fast 400 Member gewachsen, was echt abgefahren ist. Und ja, es geht da an allen Ecken und Enden weiter. An jeder Stelle wird da ordentlich gebastelt und gedreht am Crashcore. Wir haben sogar unser erstes kleines Crash Convention. Wir haben unser eigenes... Und unser kleines Crash Convention. Genau. Plant. Also man könnte dazu normalerweise Clantreffen sagen. Wir nennen das CrashCon. Und die wird im Frühjahr jetzt stattfinden, wo wir uns freuen, wirklich die Leute mal wirklich vor Augen zu sehen, die man sonst immer nur über die DeepSpeak hört. Ganz, ganz cool. Also das wird bestimmt ein geiles Team. Ey, guck mal, was der geladen hat. Foodstuff. Oh, das klingt gefährlich. Es ist esse Zeug. Und der ist unknown. Da musst du jetzt hin. Ja, Dose, da musst du jetzt hin fliegen. Das ist so ein bisschen halt so... Kann es sein, dass du die langweiligste Mission ausgesucht hast? Ich habe die erste ausgesucht. Da kommt bestimmt noch irgendwas. Da kommen dann halt diese ganzen bösen Rebellen, die ich alle erschießen muss. Okay, wir machen weiter. Mach doch einfach. Da sind Rebellen drin, ich wusste es. Aber das finde ich ja geil, dass der Scanner... Die sitzen da drin und warten. Ja, die wissen halt so rebellische Lebensformen. Die sehen, das kann es eindeutig sofort erschießen. Oh, fein. So, gehen wir jetzt mal irgendwie auf Full Power. Wir haben überhaupt keine Struktur. Nee, das stimmt halt so. Aber das magst du doch am liebsten. Ja. So, der fliegt mir auf jeden Fall nicht weg. Okay, wir machen weiter. Nächster Punkt ist heuer. Nächster Punkt ist so ein bisschen, was unseren Channel angeht. Also ihr habt es vielleicht bemerkt. Oh, scheiße. Wir haben ein bisschen was verändert bei uns. Das heißt, wir haben neue Thumbnails. Wir haben ein komplett neues Design gemacht für den Channel. Jetzt gerade sozusagen frisch zum Jahr 2016. Kommt jetzt peu à peu. Ich mache jetzt nicht sofort alles auf einmal. Das kommt jetzt Stück für Stück. Ihr werdet es miterleben. Ihr könnt mitzittern sozusagen und euch mitfreuen. Genau. Und das soll vor allem so ein bisschen der Übersichtlichkeit dienen. Auch für euch. Von daher würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Feedback von euch dazu kriegen. Also wie findet ihr die neuen Thumbnails? Gefällt euch das Design, was wir jetzt genommen haben? Und findet ihr es vielleicht ein bisschen übersichtlicher als vorher? Oh, scheiße. Der schießt. Ja, das war's. Das ist halt ernst, oder? Dozer. Was war's, was geschossen hat? Ein Shuttle. Das war halt eben mit den Mariner die Kontrollen. Ich weiß nicht, was das soll. Du hast keinen Schildgenerator. Eben war er noch grün. You are being taken to a single of business. Oh, das ist süß. Guck mal, das ist wie Monkey Island. Miek, miek, miek. Deine Mutter aber auch. Sie müssen doch scheißen, oder? So, was kommt da jetzt raus? Wieso können die Rebellen dich überhaupt verhaften? Und warum haben die überhaupt eine eigene Gefängnispanäte? Das ist eine gute Frage. Ah, okay, der wurde auch mal freigekauft. Machen wir gleich nochmal. Das dauert jetzt eine ganze Weile. Oh, und wir fangen direkt wieder. Oh mein Gott, wir crashen! Ja, natürlich crashen wir. Wir sind ja das Crash-Code. Aber jetzt, wo wir auch schon mal dabei sind, schreibt uns doch mal in die Kommentare, habt ihr früher auch TIE Fighter gezockt? Oder X-Wing? Oder irgendwas in dieser Art? Oder war das tatsächlich die Wing Commander, was ihr gemacht habt? Also tatsächlich, mein erstes Spiel war, glaube ich, X-Wing. Oh ja. Das war der allererste. Und TIE Fighter habe ich auf jeden Fall am längsten gezockt. Das weiß ich nicht. Also bei X-Wing saß ich stundenlang da mit einem Kumpel, ja, meinem besten Freund damals. Der hat dann immer quasi den R2-D2 gespielt, der hat immer die Schiffssysteme gesteuert. Und ich war immer die ganze, meiner Maus am Kumpel. Klatsch, rauf auf den Tisch, runterziehen, klatsch, wieder rauf auf den Tisch, runterziehen. Stundenlang. Meine Eltern dachten wahrscheinlich, die sind Zombies. War schon vermutlich, ja. Die Kinder machen komische Sachen da. Ja, so ist es auf jeden Fall. Witzigerweise habe ich das auch gemacht, allerdings später erst. Und das war dann nicht mehr TIE Fighter. Das war dann so ein F-14 Flight Simulator, wo wir uns dann wirklich auch hintereinander gesetzt haben. Und der eine hat den Rio gemacht. Weißt du so. Warum habt ihr euch hintereinander gesetzt? Einfach nur. Immersion. Ja. Nee, weil es kuschelig war es. Hat der eine Bildschirm und musste die ganze Zeit so. Nee, nee, der musste die ganze Zeit so. Die ganze Zeit so. Und meine Schulter gucken, das war ein bisschen bekloppt. Aber es war sehr lustig, es war mein Cousin. Also beste Grüße an dich, falls du gerade zuguckst. Nichtsdestotrotz, also Star Citizen ist auf jeden Fall in die nächste Stufe gegangen. Das ist auf jeden Fall sehr klar. Da kommt ein ganz trauriges Kapitel. An der Stelle, let's wait for Star Citizen, fällt aus, erst mal. Wenn wir Zeit finden, machen wir es. Es ist auch unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Und seien wir ehrlich, halt so, das Alien aus dem Schrank raus zu gucken, das ist ja irgendwie auch nicht... Ich hab's irgendwann lieben gelernt. Ja, aus dem Schrank heraus. Naja, das kannst du jetzt sagen, bloß nicht mehr passiert. Nein, aber es ist tatsächlich so, wo die Alpha ist jetzt da, let's wait for Star Citizen, ist leider gerade von der Zeit her nicht mehr drin. Nicht mehr drin, ja. Das heißt also, auch wenn ihr es vielleicht ein bisschen vermissen werdet, also wir werden versuchen, das auf andere Weise zu covern. Und we sind auch so, irgendwie seine Buchs voll schälzen zu lassen, ne? Ja, Hashtag verkackt, nee. Zugekackt. Zugekackt, Hashtag zugekackt, ja. Sein Hashtag. Es geht auch weiter auf dem Channel bei uns. Einsteiger werden in Zukunft weitere Formate beitragen. Da sind sie wieder, da sind sie wieder, die Dreckschweiner. Ich versuche weiter zu moderieren, lass mich davon nicht beirren. Viel Glück dabei, dass schon noch funktioniert. Außerdem werden wir... Außerdem werden wir, was? Die Einsteiger-Schiffsguides wieder aufnehmen, damit wir da auch gerade jetzt mal vielleicht so ein paar Videos austauschen, die jetzt unter Umständen so ein Jahr alt sind. Ja, genau. Also wir haben natürlich mal angefangen mit den ganzen Schiffen und sie uns anzugucken. Das war so ziemlich der Start für den Channel an sich. Damals. Damals einst. Und das werden wir auf jeden Fall wieder aufnehmen, denn es gibt wahnsinnig viele Updates dazu. Ihr wisst es selbst. Es ist unglaublich viel passiert und das werden wir uns natürlich versuchen, in irgendeiner Form wieder anzueignen und die Formate ein bisschen up-to-date zu halten. Ist es jetzt so, dass die Rebellen sich da einfach so ein Fracht da geschartet haben und der Pilot hat damit gar nichts zu tun? Jetzt wird er zerstört, weil man boarden kann man halt nicht? Ja, ja, genau. Na doch, doch. Ich soll jetzt halt so für den Stormtrooper-Transport halt die Schilder runterschießen. Achso, die joggen an, wie praktisch ist, die daneben fliegen und dann machen die einen Job. Genau. So, und jetzt schalten sie nämlich hier irgendwie die mit Ionen-Kanonen aus und dann geht es jetzt halt weiter. Neues auf dem Channel, hatten wir denn noch was? Oder war das jetzt gerade... Nein, auf jeden Fall, die Raumschiffe sind so ziemlich das Wichtigste, was auf jeden Fall als nächstes kommt. Und was wir neu machen wollen, beziehungsweise mit euch zusammen machen wollen. Und eine Sache gibt es noch, das ist wiederum was Älteres, was aber wieder kommt, das hatten wir euch versprochen und das sind die Monatsreports. Die haben hinten einen Turbolaser, ne? Die hier, ja, die wissen offenbar nichts davon. Die Monatsreports sind total wichtige Informationen. Oh, sag mal, was ist denn hier los, das Arschloch? Es schießt zurück. Nein, das sind grüne Laser, das ist ein Kumpel von mir. Das dummes Schwein hat nur... Ja, nee, entschuldigung, mach bitte weiter. Der Monatsreport... Der Monatsreport, was? Der Monatsreport kommt wieder, ja, der wird jetzt in Kürze starten, ihr werdet euch freuen. Der, genau, Monatsreport kommt wieder. Es tut uns leid, Leute, wir haben ein bisschen vielleicht zu viel gefeiert. Ein bisschen eingeschickert. So ist es. Nein, auf jeden Fall wird es im Sinne des SCB-Verse-Reports dann wiederkommen, das heißt, sobald sie wieder gesund ist, werde ich mir dann auch Unterstützung holen von Cecilia, die das dann mit mir zusammen machen wird, also da könnt ihr euch drauf freuen, dass jeden Monat dann wieder ein Monatsreport kommt. Also Monthly Updates and Weekly Updates. Genau, so ist es, ganz klar. Auf jeden Fall. Dauza, was machst du da jetzt eigentlich genau? Ich schieße auf die Welt. Du suchst alles. Ja, die ist halt hier nicht. Nee, ich versuche halt hier, siehst du, da treffe ich ihn doch. Aber ich muss schon sagen, wenn ich es jetzt nochmal sehe, für die Zeit war es schon ganz schön geil. Das war schon krass, ja. Wie alt ist das Ding? Das war 1990? Das ist halt schon richtig alt. Das war schon ganz schön geil. Wie schnell fliegst du? Äh, 37 kmh. Wieso? Das wirkt halt sehr träge. Das ist ein getunter Oma-Roller. Aber du weißt doch, wie das dann immer war, sonst wärst du doch mit der Mauswahl nicht wieder hergekommen. Achso, ja. Ja, ey, Joystick war Luxus, ja. Achso, übrigens, hier rollen, richtig smooth. Haben wir schon gezeigt, oder? Ja, finde ich immer wieder geil. Kann man öfter mal zeigen. Kämpfst du jetzt wirklich gegen ein Lambda-Shuttle und gegen Krachter? Das ist jetzt sozusagen die Mission, die du rausgesucht hast für uns. Das ist die erste fucking Mission, man hat's ja gesehen. Pilot Itapupu ist halt noch nicht so weit. Das ist infantil. Ja, das ist infantil, weißt du. Jetzt, weißt du, vorhin hier noch irgendwie mit deinem komischen... Lego-A-Wing schlägt da ja auf und ist total begeistert, hat einen Fleck in der Hose. Ich hab Sawyer gefunden, würde ich sagen. Jetzt hat er auch noch Sawyer gefunden. Aber die Witze sind nicht... Ach du Scheiße, denn... Was ist denn das? Der Millennium-Falk, das ist ein koreanischer Transporter. Ach du Scheiße, jetzt hast du ein Problem. Jetzt geht's richtig los. Nee, gar nicht. Die sind imperial-codiert, alles was Rotes ist imperial. Ja, das sagen sie ja immer. Nee, kein Problem, imperial-codiert. Tach, sag das ruhig. Ansonsten haben wir noch eine Sache für euch. Und zwar, das liegt uns sehr am Herzen. Wir wollen es nämlich auf jeden Fall unbedingt weitermachen. Was wir hier machen. Und wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, auf jeden Fall für euch, dass ihr uns ein bisschen unterstützen könnt, wenn ihr das wollt. Dafür ist das Wichtigste auf jeden Fall erstmal unser Patreon-Profil, was jetzt demnächst online gehen wird. Da könnt ihr mal drauf reinschauen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen auf den Schlusscharts oder auf den jeweiligen Links im Bild. Könnt ihr dann auf Patreon klicken und euch damit mal vertraut machen. Wir haben auch ein kleines Video dazu gedreht. Schaut es euch mal an. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das da sehr gerne machen. Und ansonsten haben wir noch was ganz, ganz Fasches, würde ich sagen. Was Fasches? Was ganz Fasches. Das ist ja ein total jugendlicher Ausdruck, den du da benutzt. Mein Fashion Victim, Let's Play oder was? Nee, nee, nicht so ganz. Nee, 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 nee. Hat mit Amazon zu tun. Oh ja. In Zukunft werden wir jetzt hier Uhren auf dem Kanal vorstellen. Sagen so, ach, ach, das habe ich im Weihnachtsschlussverkauf gefunden. Da ist es gar nicht. Wo jeder von uns hier, jeder Einzelne von uns hier nicht mal eine Uhr trägt. Genau. Wieso Uhren? Ich dachte, die verkaufen Haarteile. Also halt. Er trägt ja hier schon so. Die Wanderlocke. Seit einem Jahr trägt er das Ding halt auf hier. Weißt du, tut so, als hätte er Haare. Sagt der Richtige, ne? Ja, das ist eigentlich mein Haarteil. Weißt du, deswegen sieht das auch immer so komisch aus. Also, keine Sorge, wir werden euch nicht nerven mit Kaufempfehlungen und irgendwie Steh-Rümmchen, sondern natürlich, wenn ihr euch was kauft bei Amazon, könnt ihr das natürlich auch mit unserem Partner-Link machen. Partner-Link. Das unterstützt uns. Auf jeden Fall. Weil wir sehr, sehr viele Unkosten haben. Ach, du Hurensohn. Ja, wie passend, wie passend. Nein, weil wir einfach eure Unterstützung brauchen. Genau, das auf jeden Fall. Also, in jedem Fall, unterstützt uns weiter mit euren Abos, mit euren Kommentaren, mit euren Likes und so weiter. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr machen wollt, guckt mal auf das Patreon-Profil. Und, was keinem weh tut, nehmt sonst, wenn ihr bei Amazon shoppen geht, dann den Amazon-Link. Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen in diesem Fall. Ja, und deine Shopping-Profil, finde ich, sollten wir auch nochmal erwähnen. Sie ist großartig. Also, ich finde das, also witzigerweise, ich habe mich da einfach, das kam halt so in dem Augenblick, als ich es gesagt habe. Hast du nicht so drüber nachgedacht? Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, weil auch so viel kommentiert wurde, finde ich die Idee wirklich geil. Ja. Natürlich müssen wir so ein bisschen warten, bis die Shops auch wirklich was haben im Angebot. Aber hallo, ja, richtig. Oh, ich mag ja meinen Antrieb weg, Geschoss. Und wir müssen darum bitten, dass sie die Wrecks in den Shoppen, also mit einbauen, ne? Dann, weil kannst du richtig... Oder ein Jahr lang jetzt erstmal, wenn du es warm. Ja. Auch nicht schlecht. Again. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ähm... Ach, das wird grün, wenn du richtig vorhältst. Ja, wenn du richtig vorhältst, wird's grün. Ja, nur, wenn da eine Weichweite ist. Ja, nee, wenn du den Vorhaltepunkt triffst. Ja, ich weiß. Performen. Ach, halt's Maul. Performen. Geh mal zum Frisör, kämm dir die Haare. Ja, so läuft das schon seit der Schulzeit bei uns. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Lehrer drauf waren. Ja. Bei uns beiden war es immer, es riecht nach Schwefel, oder? Was war das? Bei dir riecht es auf jeden Fall nach Schwefel. Bei uns beiden war das tatsächlich so, dass wir von einer Englischlehrerin irgendwann mal als die beiden Alten, also Waldorf und Stedtler, aus der Muppet-Show bezeichnet wurden. Das war sehr lustig, weil wir so seitlich zur Klasse saßen. Das war so eine blöde Idee der Lehrerin, uns seitlich zu setzen, weil wir hatten halt vor uns die Lehrerin und seitlich von uns die ganzen anderen Schüler. Und dadurch waren wir eingeladen, halt alles zu kommentieren, zu bewerten. Und das war auch irgendwann so, dass wir tatsächlich so gesagt haben, ach naja, ich weiß nicht, ob das Argument der Lehrerin halt so jetzt an der Stelle halt gut angebracht ist. Und das hat eine komplette Eigeninamung bekommen und wir haben halt irgendwann angefangen, die Klasse zu unterhalten. Ja, das ist großartig. Im Endeffekt nichts anderes, als wenn wir jetzt machen, dann dämmlich in die Kamera quatschen. Ihr kommt irgendwie ins Schwadronieren, kann das sein? Wollt ihr jetzt nicht mal ein bisschen Zug machen? Wir warten da drauf, dass sie uns was macht. Die Mission abschließt, ja? Ja, dann sprecht bitte weiter. Anekdoten aus eurer Jugend. Lang genug ist es ja her. Damals! Er passt auf gleich, erzählt er mir vom Krieg. Es ist so... Welchen? Ja, das ist... 30-Jähriger wahrscheinlich, so wie du aussiehst. Sensiert. Miep! Okay! Wir machen einen Shit-Battle-Contest. Ja, genau. Was ist denn ein Shit-Battle-Contest? Wo wir uns einfach so Beleidigungen um die Ohren hauen. Ja, da mach ich mit, kein Problem. Da weiß ich schon, wer gewinnt. Ich wollte sagen, ja. Also da wird es dann halt irgendwie schmerzhaft. Gibt es noch eine Information in dieser Sendung? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind doch nur zum Feiern hier. Du hast mir gesagt, ich soll hierher kommen, um zu feiern. Ja, das machen wir jetzt auch, ja. Auf jeden Fall. Dafür bin ich wieder. Mal, Lieblingsschiffe. Ja, da wurden wir gefragt. Da wurden wir auf jeden Fall gefragt. Ja, Weizen, Lieblingsschiff. Tada! Die Super Hornets! Da hat jetzt ja keiner mit gerechnet. Boah, Überraschung. Also gerade im jetzigen... Wir sollten eine Special-Folge über dieses unglaublich geheimnisvolle Schiff machen. Die Super Hornets. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen eine weitere Folge. Ja, dringend. Es ist doch irgendwas über die Hornets. Es gibt doch keine Hornets. Ich glaube, das ist halt das inflationärste Schiff momentan. Und trotzdem nehme ich mir das Recht raus, zu argumentieren, warum es ein so geiles Schiff ist. Ja, bitte tu das. Wir sind alle wahnsinnig gespannt. Gerade mit dem aktuellen Patch ist es so, dass dieses Schiff wahnsinnig viel aushält. Okay, man kassiert nicht fast jeden Treffer, aber man kann es halt aushalten. Irgendwann ist alles rot, es fängt an zu rappeln. Die Teile fliegen an einem ab. Man denkt sich so, braucht dich eh nie, weil es ist eine ganze Firlefanz. Wo es selber Piloten stolz drauf sind, sagt man sich selber als Hornet-Pilot so, ob, was war das für ein Teil? Link zwar rot, ist ab. Okay. Ja, kann nicht mit Leben. Das Schiff hält lange durch und garantiert halt spannende und lange Dog-Fights. Und man kann halt viele Fehler kompensieren. Und wenn man halt eine leichte Horn-Version nimmt, fliegt es wirklich, wirklich geil. Ja, okay, gut. Also ich mach mal weiter. Bei mir ist es natürlich die Constellation. Also nach dem momentanen Stand auf jeden Fall. Boring. Ja, aber die Constellation, die ist für mich das einzige wirkliche, echt richtige Multi-Cruise-Schiff. Du willst dich nur bei Chris Roberts einschreiben. Ach, Chris Roberts. Sein Lieblingschiff. Na ja, das ist wohl richtig. Aber er hat auch recht damit. Weil es ist eine Brücke. Es hat eine Brücke de facto. Die Freelancer hat zwar auch eine, aber die ist noch nicht nutzbar. Tut mir leid. Außerdem hat das Teil Panzerschlitze. Wenn ich da aus den Scheiben gucken will. Nee, nee, nee. Für mich ist es auf jeden Fall die Conny mit den beiden Geschützturmen mit dazu. Also das ist auf jeden Fall super cool, das Teil. Mein persönlicher Favorit. Und übrigens, hint, hint, unser Ausbildungsschiff im Navy-Training. Das macht ja noch Werbung. Navy ist kacke. Fighter Command ist geil. Deswegen, ne, bewerbt euch beim Fighter Command. Wenn ihr aber Lust habt auf Displays habt und auf Formulare ausfüllen, dann geht zu Navy. Ja, ja, ja. So, Dozer, jetzt tu. Ja, meine Güte, bewerbt euch, wo ihr wollt. Ihr kommt am Ende sowieso alle zu den Marines, weil es alles andere langweilig ist. Ist halt so. Wir sehen es ja halt die ganze Zeit halt so. Ich sag es ihnen immer vorher, aber Herrgott. Was? Hast du ein Lieblingsschiff? Was? Nein, ich habe kein Lieblingsschiff. Lieblingbaum. Du hast sie in Delta total gerne gefunden. Ja, das ist richtig, aber die ist momentan halt Schrott. Welches Schiff findest du am süßesten, Dozer? Am süßesten? Das ist genau so eine Frage, die man mir stellen sollte. Bitte tun dich. Die Herod. Ja, genau. Die sieht aus wie Weasen. Da fühle ich mich immer so ein bisschen halt so verantwortlich für. Die ist so ein bisschen hässlich und ein bisschen unbeholfen. Die kann halt nichts. Das ist die Realität. Deswegen bin ich immer so eingeschüchtert im Let's Plays. Traue mich gar nicht mehr, was zu sagen. Dankeschön, dass du sagst, dass das die Realität ist. Jetzt muss ich es doch nicht mal weiter irgendwie untermauern. Du hast es mir ja schon weggenommen, was ich sagen wollte. Aber zumindest ist es halt so. Ne, die Kälterpiller wird auf jeden Fall geil, glaube ich. Die passt auch zu dir. Ja, ich weiß, die ist groß, die ist wuchtig, die ist ungeschlacht, die ist gemein. Und du kannst Leute mit Schöchten nach vorne rausschießen, wenn du die durchfühst. Ja, das mache ich auch die ganze Zeit. Dann überhole ich Weasen im EVA-Anzug. Er schreit halt so irgendwie mit halt, weiß ich nicht, Energiemesser und, weiß ich nicht, Stromgewehr. Er macht schon wieder. Er macht schon wieder. Er macht schon wieder. Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Meine Güte. Auf jeden Fall sollen wir euch an der Stelle nochmal herzliche Grüße von Westen bestellen. Sozusagen unser viertes, auf jeden Fall unser viertes Mitglied im High Command, der gerne dabei wäre, wenn er nicht ein paar hundert Kilometer entfernt von uns wäre. Auf jeden Fall an euch alle da draußen beste Grüße von Westen an dieser Stelle. Das ist das hässlichste Schiff von TIEFIGHTER. Krieg mal ne Runde drum rum. Es ist so hässlich, es sieht aus wie ne Milchtüte mit Antrieb. Ich hab's damals schon gehasst, aber ich dachte, es ist so hässlich, man müsste es abschießen. Ja, aber sie beruhigen mich immer sehr, weil ich weiß, da sind Sturmtruppen an Bord. Das finde ich immer gut. Es ist so hässlich. Das stimmt. Also wirklich schick ist er nicht, ne? Ne, muss er ja auch nicht. Der Transporter da. Ne, muss er ja nicht, aber das imperiale Design war ja nie jetzt wirklich hübsch so, ne? Das muss man auch dazu sagen. Funktional. Ja. Oh Gott. Oh je. Sind die gerade gegeneinander geflogen? Ne, der eine dockt den anderen, glaube ich. Warum docken die denn da? Keine Ahnung. Überrasch. Was weiß ich, Liebhaben, was weiß ich. Es wird natürlich auch mehr Let's Plays geben. Missionen stehen auch im Fokus des neuen Jahres, würde ich sagen. Macht riesen Spaß gerade und es ist wahnsinnig geil, dass es so stabil jetzt schon läuft. Ja, ich bin ja jeden Tag schon am gucken. Der neue Patch, wann kommt der denn? Wir haben da echt einen riesen Durchbruch erlebt. Ja, absolut. So ist es. Also wir kommen jetzt tatsächlich relativ regelmäßig recht stabil mit mehreren Leuten rein und wir werden das natürlich nutzen, um unsere Multiplay Let's, äh, Multicam Let's Plays, äh, Multicam Let's Plays etwas auszubauen. Die euch ja, glaube ich, allen ganz gut gefallen und da werden wir uns jetzt auch weiter schöne Missionen zu ausdenken. Apropos gefallen, wenn ihr uns empfehlt natürlich bei anderen Leuten, wenn ihr, äh, ja, wenn ihr sagt so, ey, die Crash-Jungs machen gute Let's Plays, hilft uns das natürlich, ja, empfiehlt uns weiter. Das hält so die Maschine am Laufen. Ihr seid es nämlich, damit wir weiter wachsen können und halt weiter neue Star Citizen Fans erreichen können. Genau, richtig, uns informieren können. Wir haben auch, äh, wie gesagt, mehrere Videos jetzt gemacht dazu, insbesondere, was ist Star Citizen, teilt es unter den Leuten, die ihr, ähm, für das Spiel begeistern wollt, die ihr informieren wollt und, äh, sagt ihnen sozusagen, dass sie bei uns auf jeden Fall Hilfe finden, wenn sie sich vielleicht am Anfang noch nicht so richtig zurechtfinden. Was man niemandem vorwerfen kann, das ist tatsächlich der Perfection. Und da ist er hin. Again. Na gut, okay. Du hast es versucht. Ich hab die Mission übrigens schon wieder einmal angefangen. Ja, ja, das hab ich mal gesagt. Ja, ja. Ich wollte es jetzt nur ganz geschickt übergeben. Und da ist er wieder eingeschickt. Da kommt wieder das lustige Vieh. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, ähm, wir haben jetzt auch fast alles gesagt eigentlich, was wir sagen wollten, oder? Mäh. Mäh. Das ist der konstruktive Beitrag. Weißt du, das ist der konstruktive Beitrag von Weasen. Da ist er gut drin, dafür mögen wir ihn. Dafür haben wir ihn adoptiert. Ähm, ja? Das will der Finger schon wieder. Ich sage, kommentiert, ob es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ja, äh, schreibt, was ihr gerne sehen möchtet von uns, was ihr erfahren möchtet. Ich hoffe, das planlose Let's Play war vielleicht auch mal so eine Alternative. Genau. Ähm, und, äh, ja. Kommentieren, abonnieren und bei Patreon unterstützen, wenn ihr das seht. Auf jeden Fall. Hab ich dir jetzt den letzten Satz geklaut? Du hast mich gerettet. In der Moderationslücke gerettet. Genau. Und Dosa macht jetzt den Rap-Up, wie immer. Ja, genau, liebe Leute. Aber es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Halt so. Bleibt uns bitte gebogen. Bleibt uns treu. Liked uns, disliked uns, wenn ihr unbedingt wollt. Und es total scheiße findet, was wir hier machen. Du bist zu laut. Ist mir doch egal. Ähm, abonnieren ist auch ganz geil. Und bei Patreon unterstützen dürft ihr uns natürlich auch. Das freut uns wirklich richtig. Und das bringt zeitvolle Hütte. Ähm, so. Was wollte ich noch sagen? Genau. Geil seid ihr auf jeden Fall. Jungs und Mädels, wie ihr da seid. Beste Community ever. Und deswegen sagen, äh, Wiesendozer und Sawyer euch jetzt. Drei, zwei, eins. See you on the flight deck. Das ist mir fast der Text, der dir eingefallen hat. Eheh, hehehehehehehehe.